Moin Leute! Willkommen zurück zum Holzeisenbahn-Simulator. Meine Damen und Herren, wir haben ja bereits in unserem Wohnzimmer eine wirklich ansehnliche Holzeisenbahnstrecke gebaut. Haben diverse Leute von A nach B gefahren und hier oben rechts sehen wir es. Direkt eine neue Aufgabe und zwar müssen wir Bergsteiger zum Bahnhof bringen. Zudem muss man diverse Sprünge absolvieren. Das ist ein Bonusziel. Fünf Sprünge müssen wir schaffen und ich weiß auch schon, wo die Bergsteiger sind. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr, wo sind die Bergsteiger? Die Auflösung ist, die sind hier oben auf dem Schrank und da müssen wir nämlich jetzt auch hin. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich muss ja wirklich ziemlich hoch hinaus. Ich würde sagen, wir fahren einfach hier direkt dann rechts und dann sollten wir direkt nach oben. Und diese Sprünge werde ich wahrscheinlich einfach beim Runderfahren machen. Also ich weiß ja nicht, wer das alles aufräumen soll und ich frage mich auch, wie viel das kostet. Einige haben gesagt, eine Holzeisenbahn ist gar nicht so teuer. Ich meine klar, es gibt ja auch noch diese richtigen Holzeisen, äh, die richtigen Holzeisenbahnen. Also die, die aus Eisen sind, die Eisenbahnen. Die sind dann ja wirklich richtig teuer. Aber das ist jetzt ja hier, ne? Holz. Oh, da sind wir schon, Jungs. Guten Tag, dann baue ich euch doch jetzt erstmal hier einen kleinen Bahnsteig. Ist die Frage, auf welche Seite reicht das, wenn ich den jetzt hier hinsetze? Gucken wir gleich mal. Ja, doch. Ja, sie kommen. Im Gegensatz zur anderen Folge würde ich jetzt ganz gerne auch gucken, kann ich denn diese Sachen hier benutzen? Ich meine, das sind Bergsteiger. Was passt denn zu Bergsteigern? Ja, guten Berg. Ja, hier. Große Steinhaufen. Ja, das ist doch cool. Oh ja, das sieht doch eigentlich recht massiv aus hier oben. Ja, mega cool. Mensch, das ist doch jetzt richtig hier Bergsteiger. Gefällt mir richtig gut. Jetzt sollten wir uns aber wieder hier an die Sprünge machen. Ich muss jetzt ja praktisch hier einmal Endegelände machen. Ich habe jetzt mal ein bisschen rum experimentiert mit dem Löschen. Dann werde ich jetzt einfach das hier wegmachen. Dann fällt er von der Strecke hier auf diese Schiene. Dann kann ich nämlich das hier auch alles wegmachen. Weil wir müssen ja noch den einen oder anderen Sprung brauchen wir. So, genauso werden wir das auch hier wieder machen. Muss ich hier nämlich einmal so ein bisschen rum. Hier wieder runter. Sodass da natürlich die nächste Strecke entsteht. Ey, ich bin so gespannt, ob das ansatzweise funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das ja schon mal mit zwei Sprüngen getestet. Aber da war es was komplett anderes. Also die Strecke sieht wirklich abenteuerlich aus. Aber vielleicht funktioniert sie ja. Ja, sehr gut. Gut, also das habe ich wirklich schick gebaut. Da darf man sich ausnahmsweise auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Aber die Frage bleibt, funktioniert das Ganze? Das werden wir jetzt herausfinden, indem wir in den Zugmodus gehen. Schmeißen das gute Ding an. Fahren jetzt hier nach rechts. Und dann holen wir doch mal die Bergsteiger alle ab. Ach, das habe ich ja, das habe ich beim letzten Mal gar nicht rausgefunden. Guck mal. Wie cool. Eine Sache, die ich jetzt schon mal lernen sollte. Bremsen. Nein, ich will doch nicht springen. Stopp. 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 Bitte. Bitte. Bitte stopp. Fahr wieder hoch. Fahr wieder hoch. Nein. Wir haben den Sprung geschafft. Es funktioniert. Ja gut, die Sprünge sind geschafft. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal komplett da vorne hinfahren. Weil ich habe eine ganz, ganz wichtig... Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir sind entgleist. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass unser Zug gerade... Ah ja, hier kann man auch geradeaus. Upsi. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich würde mal sagen, das Ding ist entgleist. Dann lasst uns doch mal den Zug zurücksetzen. Oh ja, das ist ja praktisch. Dann kann ich hier direkt wieder hochfahren. Sehr gut. Ja, schon eine schöne Aussicht von hier oben, würde ich sagen. Was sagst du? Zug, Meck, Zug, Zug. Oh, Brems... Oh nein. Manchmal frage ich mich, ob ich eigentlich doof bin. Bitte. Bitte brems rechtzeitig. Oh, ich bin doch nur ein bisschen doof. Ja gut, wartet. Jetzt hier einmal anhalten. Liebe Bergsteiger. Einmal hier in den Paluten-Express. Ja, da seid ihr schon ganz aufgeregt. Wir müssen jetzt das auch gleich hinbekommen. Schön alle anschnallen, ne? Gucken, dass wir jetzt hier nach links mussten. Können wir dann fahren, ne? Ja. Weil das muss ich ja auch tatsächlich dann eben auswählen. Oh, oh. Alter, das sah jetzt aber gerade nicht ganz so gesund aus. Ähm, wann muss ich nach links? Hier jetzt. Links, 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 links. Jawohl. Und jetzt einmal bremsen. Alle noch. Das sah auf jeden Fall gerade sehr, sehr abenteuerlich aus. Könnt ihr, könnt ihr alle schon aussteigen? Da. Ah, die Hauptstation. Einmal bitte raus. Ähm. Einmal, einmal raus? Die wollen nicht gehen. Entschuldigung, aber warum wollt ihr denn nicht gehen? Kann ich hier irgendwie... Tuti... Tutut. Wo muss ich die denn rauslassen? Gab es da ein bestimmtes Ziel? Ach, die Station hier. Ja, gut, das kann man jetzt ja nicht ahnen, ne? Aber ist ja in der Nähe. Ja, diesmal möchte ich aber ganz gerne... Genau, hier die normale Strecke. Boah, das ist mir aber ein bisschen schlecht geworden hier gerade beim Zugfahren. Hm, einmal bitte Rückwärtsgang. Da haben ja auch ganz viele gesagt, dass eine Dampflok auch einen Rückwärtsgang hat. Das hatte ich nämlich in der letzten Folge, weil ich wusste das nicht. Gut. Jetzt aber, ihr kleinen und großen Bergsteiger, bitte einmal unsere, ja, unsere Holzeisenbahn verlassen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tag und Doktoren und Farmer. Ja, aber wo finde ich euch denn jetzt plötzlich? Ach, alle hier auf dem Ding drauf. Warte mal, ich kann doch rein theoretisch... Hier könnte ich das machen. Ne, das wird schwer. Es sei denn hier an dem... Ja. Oh ne, ich möchte nicht... Da gibt es, glaube ich, Ärger mit den Besitzern, wenn ich hier durch deren Polstersofa fahre. Ja, dann fahren wir doch einfach hier rum. Ah, hier ist das im Weg. Das hier sollte mal lieber weg. Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Erstmal bauen wir wieder die Gerade, würde ich sagen. Dann geht es hier um die Kurve. Dann brauchen wir aber natürlich den Bahnsteig. Ich würde ihn auf der Seite hier hinpacken. Ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert, weil ich habe irgendwie das Gefühl... Okay, sie können schweben. Alles gut. Feuerwehrauto. Ja, wir könnten doch, weil wir haben doch da einen Arzt. Deswegen kann doch hier eine Ambulanz hin. Kleines... Oh, nee, ein kleines Haus wäre zu viel des Guten. Ein Wohnwagen, Segelboot. Ja, das ist alles ein bisschen zu eng. Wir können ja irgendwie probieren, nochmal ein paar kleine Fahrräder hinzustellen. Ja, da ist uns da oben das Ding thematisch besser gelungen. Aber das soll man da auch großartig machen. Ja, gut. Und dann kann man direkt hier wieder zurückfahren. Und im besten Falle sogar... Na, nee, wo kann ich... Da oben könnte ich irgendwo ran. Ja, das geht auch. Cool. Ja, dann können wir doch gleich direkt in die Bimmelbahn einsteigen. Fahren hier nach links. Oh, einmal bremsen. Okay, sorry, aber ich markiere schon mal, dass ich da bin. Jungs, Mädels, Doktoren und Farmer, bitte einmal rein in den Laden. Ja, doch. Also von hier aus sieht das auch schon ganz schön aus mit der Ambulanz. Und dann biegen wir jetzt hier einmal links ab. Nochmal links. Und dann sollten wir ja... Ja, gut. Das mit den Bremsen haben wir natürlich mal wieder nicht ganz so gut hinbekommen. Wartet, Jungs und Mädels. Einmal... Ja, sehr gut. Einmal alle raus. Und dann sind sie weg. Oh! Zehn Feuerwehrleute. Wo habt ihr euch denn versteckt? Ah, auf dem Boden. Moinsen, Jungs. Hier kommt die Kurve hin. Und vor allem ein Bahnsteig. Aber das... Da geht jetzt auf jeden Fall noch mehr. Bisschen Feuerwehrauto. Na, wir könnten mal gucken, ob wir noch dazwischen... Hier noch irgendwas anderes setzen. Zwei Feuerwehr wegen? Nee. Können wir hier auch noch mal so ein Polizeiauto hinsetzen. Ja, genau. Polizeiauto kommt hier hin. Oh ja, hohe Häuser. Stimmt, die können wir noch so im Hintergrund. Ah, das passt nicht von der Größe. Aber stimmt, warte. Dann setzen wir die hier hin. So, so eine richtig schöne Häuserreihe. So ein bisschen vor den Läden. Ein Weihnachtsbaum. Ja, ass rein, Leute. Alter, das ist das, was wir jetzt brauchen. Nochmal irgendwie so ein Lieferwagen, der hier an der Ecke steht. Ja, aber ich würde sagen, das kann sich doch auch jetzt erstmal so ein bisschen sehen lassen. Kleine nette Häuserreihe mit den ganzen Feuerwehrmännern, die mit ihren Schläuchen auf jeden Fall bereitstehen. Ja, das sind auch Feuerwehrfrauen. Nun gut, wir steigen jetzt erstmal in unsere... Oh, warte. Das hätte beinahe ein Unglück gegeben, denn das habe ich noch gar nicht fertig gebaut. Hier sollten wir uns eigentlich auch direkt wieder dransetzen können. Ah, Mist. Obwohl, nee, das ist ja gar nicht die Station, wo wir sie abladen. Die ist ja da hinten. Nee, dann passt das. Gut, dann geben wir jetzt einfach mal Stulle. Prost, Leute. Oh, ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Ah, nee, doch, wir fahren richtig, oder? Ja, einmal links an der Heizung vorbei. Hier auch nochmal links. Jetzt sollten wir schon bremsen. Da werden wir wieder ordentlich vorbeiknarrern. Hey, hallo. Schicker Weihnachtsbaum. Ui, ein Feuerwehrauto. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann werde ich doch mal direkt wieder vorbeischauen hier. Einmal alle Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen einsteigen in den Paluten-Express. Danke, danke, danke. Danke, wie immer bitte anschnallen, denn es könnte sein, dass wir bereits heute einmal entgleist sind. Ja gut, sowas passiert halt mal. Hoffentlich. Hä? Oh, oh, das war jetzt... Oh, was ist denn da jetzt? Och, nee. Hä? Oh, was ist denn jetzt? Jetzt sind wir aber... Oh. Ach, ich habe euch noch hier hinten drin. Das ist ja praktisch. Aber was ist denn da gerade schief gelaufen? Warum sind wir denn da? Ah, okay. Man darf wahrscheinlich, ja. Weil hier vorne, seht ihr diese kleine Spurrille? Die hat mich nach oben buxiert. Das darf halt nicht sein. Ah, okay. Das machen wir mal weg. Das auch. Ich muss dann halt irgendwie gucken, dass ich hier nach oben komme. Oh ja, das funktioniert doch ganz gut. Tipptopp. Wir sind angedockt. Jetzt werden wir allerdings hier rechts rumfahren. Oh, was ist... Hä? Warum habe ich hier irgendwas? Also, ich muss mal ganz kurz hier rausgehen. Aber das hatte ich doch hier miteinander verbunden. Genau, hier so hatten wir das miteinander verbunden, ja. Hä? Warum kann ich mittlerweile meine Eisenbahn nicht mehr irgendwo stehen lassen? Was ist denn da passiert? Also, das muss ich jetzt wirklich inspizieren. Hier sind wir längs gefahren. Also, da ist doch alles in Ordnung. Ja gut, fahren wir trotzdem nochmal hier längs. Auch einfach nochmal, um das zu testen hier. Können wir doch ordentlich Gas geben. Aber hier sollten wir eigentlich nicht mehr entgleisen. Ne. Läuft alles wunderbar. Hier habe ich jetzt gerade die Vermutung. Autsch. Schade. Da fällt die nämlich runter. Hier ist sie auch das letzte Mal runtergefallen. Hier muss ich ganz kurz das Ganze mal irgendwie fertig bauen. Dass wir uns vielleicht hier vorne wieder dran setzen. Es ist mittlerweile auf jeden Fall schon ein wenig verworren. Sagen wir einfach mal so. Ja genau, so passt das doch hier. Dann testen wir das Ganze doch mal. Ich hoffe, unsere neue Konstruktion hält, was sie verspricht. Komm hier vorbei. Hallo. Liebe Stadt. Lieber Weihnachtsbaum. Alles gut. Polizei Auto ist auch immer noch im Einsatz. Hier haben wir ebenfalls alles ein bisschen neu gebaut. Und ich darf jetzt unter keinen Umständen vergessen. Hier jetzt links, 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 links. Sehr gut. Jetzt schon mal Tempo rausnehmen. Tempo rausnehmen. Ja und wieder. Ja, Herr Feuerwehrmann. Das heißt, da ist einer. Einer, der einfach vorrennt. Leute, ihr müsst doch warten, bis Stopp ist. Ihr rennt jetzt bei der U-Bahn zum Beispiel auch nicht direkt raus. Selbst wenn es möglich ist. Glückwunsch. Du hast alle Abschnitte in dieser Umgebung abgeschlossen. Du kannst mit zufällig erscheinenden Fahrgästen weiterspielen. Oh, neuer Fahrgastabschnitt freigeschaltet. Ja, cool. Doktor? Nee, ich würde ganz gern das andere machen. Habt ihr da auch Bock drauf? Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Denn für heute war es das. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst ein Like da. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Haut rein. Tschüss.